Steve Mason, gratuliere zum 4-3-Auswärtssiegen in Olten. Wie hart war der Match? Ja, sehr hart. Der Spitzenkampf ist immer hart. Da bereitet man auch so vor. Ich denke, Olten hat eine gute Mannschaft. Vielleicht ein bisschen unglücklich, 0-2 hinten. Aber die Mannschaft hat einen guten Kampf gezeigt heute. Wie findet man den Fokus in diesen Spielen? Man hat einen grossen Vorsprung in der Tabelle. Es ist manchmal schwierig, im Ligaalltag auch jetzt noch voll dabei zu sein. Ich denke, wenn man Profi ist, dann ist das kein Thema. Du kommst zur Arbeit wie jeder andere Job und versuchst es 100% zu machen. Gegen Olten ist das Team in den letzten Wochen ein bisschen im Tief. Hat man das gespürt im Spiel? Wie hast du den Gegner wahrgenommen heute? Da kann ich nur persönlich reden. Aber ich habe das überhaupt nicht gespürt. Olten ist immer eine gute Mannschaft zum Spiel. Sie spielen schnell. Sie lassen die Scheiben laufen. Da muss immer das beste Spiel von uns kommen. Heute haben wir ein gutes Spiel. Vielen Dank und heute reden viel Erfolg.